Verdammt Leute, ich habe gerade gesagt bekommen, dass ich noch mal mich sterben lassen sollte, denn da gab es noch einen anderen Weg, den ich gehen kann. Da könnte ich was Großes verpassen, wenn ich jetzt hier weitergehe. Deswegen sterbe ich! Ups, bin ich doof. Die Klauen rissen dich ein Stück. Achso, jetzt ist mein Bein durchbohrt, oder wie? Nein, das war nicht. Ich wollte es ja nicht allein aus Insidern bestehen lassen. Jetzt muss ich aber noch mal dieses Biologie-Kacke da noch mal holen oder so. Ja, und ein Schlüssel? Nicht. Vollgezeichnen, 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 Schlüssel, oder nur zwei Vollgezeichnen, weil es nicht. Nein, nicht. Ja, ich weiß, es ist nicht interessant. Ich weiß nicht, vielleicht war das auch der Kristall, den ich nicht nerven soll, oder so, dass ich immer wieder nicht mache, aber ich weiß, es ist nicht. Ja, Biologie-Typ. Gut. Achso, da kam gerade keine Rückmeldung. Ich dachte gerade, du hast mich verarscht und es ist nur schwarz, der Bildschirm. Nee. Und vorher kann man nix machen? Das ist mit Abschauen, dass die Größe ausspielt. Ich hab's gewusst, dass das Zelda anspielt. Und das ist übrigens genau eins zu eins aus dem Game rausgenommen. Ich hab's mir jetzt von nochmal angeschaut. Schwert. Auf der Größe her, ist genau. Geh, dein Schwert. Ja, ja, ja. Okay. Das ist wirklich eins zu eins. Ähm, zurück. Ich hab's nicht auch noch automatisch. So. Ja, was wolltest du sagen? Aha, was ist mit dem Schwert toll? Ich kann also hoffentlich nur nur das Blatt Papier nehmen. Ach komm, das wird... Ja, wo ist jetzt das Schwert, bitte? Willst du mich jetzt ver... Ja, ich will doch da gar nicht hin. Nein, ich hab's dir jetzt gesagt, nein. Oh, bin ich schlecht, oh, bin ich schlecht, oh, bin ich... Oh, ich hab' nicht ein Sieger, also. Wusste ich ja noch gar nicht. Was für ein Zufall, du? Wollen Sie schnell, wenn das alles so Cha-Cha ohne Speed wäre, dann... will den Hund. Ja! Alter, was hast du... geraucht? So. Ja, fick dich! Das ist, das ist das Schwerste, das Schwerste überhaupt. Das ist wirklich, ich weiß nicht, unglaublich. Und kommst du gut! Grad so, ne? Aber... ...einer verfehlt in dem. Weißt du, der Erfolg geht schonmöglich. Okay, der hat sich verpasst, was zu eben den nächsten... ...ist du, das kommt mir bekannt vor, kann das sein? Ich hab' den nächsten Erfolg verpasst, oder was? Ja, das hat ne Erfolg verpasst, aber ist jetzt auch... Wahrscheinlich war das gar kein Gegner, hätte ich von dem ansprechen lassen können, oder so. Fast, ja. Genau, der liegt einfach nur ne Kette rum. Kennen Sie trotzdem, ja. Ich kann nicht hier voll cool rumlaufen? Hm, ich weiß nicht. Wahrscheinlich verpasst ich dann 10 Erfolge, oder so. Hast du mit dem Loch? Ach, egal. Egal, ich speichere erst mal. Speichern! Okay. Mach dich verpasst. Hä? Achso. Ah. Boah, bist du toll. Ey, warum rede ich immer noch so, dass du das... Ja, jetzt kriegst du zum Beispiel schon Drohungen. Ja, das ist... Ich frag mich... Ich hätte jetzt gedacht, dass es die Stadt und mich umbringen, wenn ich hier hingehe. Ah. Die Linke seid das mir sympathisch, hä? Natürlich gibt es keine Tür. Ich hätt's auch gesagt. Ich mag sie einfach nicht, oder so. Ich frag mich grad, was hast du vor... Ich hab's nicht gesehen, ich hab's ein Standbild, aber warst du schon beim Loch? Ja, ich war vom Loch. Nach genaurem Hinsehen erkennt man eine Schrift. S, Belmond? Äh. Ja, okay. Eine Leiche daneben scheint eine Art Peitsche zu liegen. Du hast in der Fall Castlevania freigesch... Oh, oh! Toll! Oh, ich hab dich jetzt nicht verstanden. So, das ist gelaget. Oh, ich weiß, das bin ich halt. Ich weiß nicht, wo ich als erstes hin will. Ich glaub, ich will als erstes zum Loch. Ich habe immer noch Angst vor Löchern. Ich weiß nicht, wie's ein paar Mal reden. Ich kann zu sein. Der ist an. Toll. Ich komme nicht ran. Auf dem Schild steht... cake is alive, würde ich jetzt mal sagen. Auf der Tafel stehen Hinweise zu angeblich bevorstehenden Gefahren. Warum Hinweise? Wer braucht das schon? Lesen. Ja, die Hinweise sind auch unnötig. Du hast es also soweit geschafft, dann wird es auch Zeit, dir fortgeschrittene Taktiken zu erklären. Du hast nur die Möglichkeit, Objekte in deiner näheren Umgebung mit in dein Überleben einfließen zu lassen. Solche Objekte sind mit einem leichten Schimmern gekennzeichnet. Ich wünsche dir noch viel Spaß beim Sterben. Dankeschön! Werde ich mir zu Herzen nehmen? Die Fahne ist zerrissen. Witzig! Könnte ich vielleicht an der Seite irgendwo reinlaufen oder so? Wer weiß? Nee. Wirklich bereit? Ja, ich kann dir nicht speichern. Naja, egal. Wie viel Angst da so nehmen, bin ich nicht. Okay. Ich kann losgehen. Ich frage mich immer noch, was mein Ziel ist. Überleben? Der Tasche immer entgegentreten? Ich habe keine Ahnung. Aber ich bin so weit gekommen. Ich werde der Tasche auch mal entgegentreten. Und wie immer, irgendeiner bekloppten wälzt den Hintern treten. Scheiße. Ja, was ist das denn hier für ein Scheiß? Muss ich jetzt hier die vier Siegel brechen oder was geht ab? Ja, ich finde es so blöd, weil ich meine, wenn ich jetzt speicher... Ich weiß ja nicht... Mach' egal, ich speicher jetzt. Ja! Dein einzigster Save für halt die Fresse! Toll! Und das sollt... Super! Schön! Schiss, schiss... Geschicklichkeit! Am Anfang noch sehr sch... Im Anhang noch sehr schwer eintreten. Scheiße, wenn ich das noch hier... Was? Verbrenne deinen ganzen Körper! Oh, das wird gar nicht so schwer. Es gibt sogar einen Save-Spot, bitte. Der muss ich erst mal suchen! Hallo? Jetzt ist es jetzt schon ein bisschen schwul gemacht, finde ich. Also... Ich weiß nie, was du dir da jetzt... Äh, auf dem Stich steht, Willenskraft, am Anhang leicht eintreten. Hä? Fühlt sich... Äh... Fail. Hä, was muss ich denn machen? Noch mal sprechen, das sag ich dir jetzt. Eigentlich... Ich glaube, jeder Normale hätte das zweimal angesprochen. Oh, ne, du stößt einmal und fragst dich dann, was du machen musst. Ja... Sprich, ob... Irgendwenn ich draufgekommen, denke ich, aber... Irgendwann. Irgendwann, ja. Ach so! Ach, das ist ja LOL. Button-Mashing. Oh, wie schwer. Voll das Button-Mashing grad. Ich chill hier und drück ein bisschen. Ja, muss der auch nicht mehr machen. Das liegt daran, dass scheinbar die Geschwindigkeit nicht richtig eingestellt wurde. Normalerweise hat der einen so einen Überspeed drauf. Aber hat ja scheinbar nicht richtig funktioniert, aber ist ja auch egal. Ich find's gut. Ja, toll, den Scheiß muss ich jetzt jedes Mal wiederholen, oder was? Schön, du verrechst. Schwul. Du bist wirklich weggekommen. Es wird Zeit, sie haben ein paar Geheimnisse zu verraten. Ja, eigentlich ist es nur eins, aber ich sag mehrere, um dich zu motivieren. Also, du musst nicht alle Tore schaffen. Ja, dieser Tipp ist hilfreich. Lass ruhig eins aus, wenn es zu schwer wird. Und ich kann tatsächlich nicht nur... Was steht hier? Hyper-Mega-Oberschwer? Es gibt kein... Äh, Glück! Fick deine Mutter. Ja! Ja! Bitte mich verarschen! Alter, nein! Kann ich hier... Nein! Okay, ich würd mal sagen, es ist nicht ganz links. Das wär ja... Wenn man jetzt... Ich denk mal, es ist der hier. Will ich Christal benutzen? Keine Lust. Hä? Als ob du die Wahl hättest. War das richtig? Oh, der Richtige. Glück! Ja! Glück, du Sau! Glück! Ich kann wirklich nicht... Naja, okay, das... Ist es immer anders, oder ist es immer... Es ist... Es ist... Wie eben Duschmann ist es selber, aber du hättest bei einem anderen Kristall einen Erfolg kriegen können. Mehr sag ich nicht. Auf dem Schild steht, Überleben. Och, nee. Ich stelle mir sowieso... Was ist das denn? Ja, ich glaube nicht. Hallo? Ja, das ist ein Drache. Und die Grafik hab ich dir auch empfohlen, glaub letztens. Okay, das steht jetzt... Das ist halt doof, ne? Der passt so gut rein. Ja, der Drache kann auch nicht das Skelett überholen. Logisch. Du trattest auch sehr schnell. Ja, ich hab's auch... Ich hab schwer hingeschrieben. Ich weiß auch nicht, warum. Achso, eins kann ich ja auslassen, aber bestimmt, wenn ich alle mache, kriege ich in der Folge. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt riskieren soll. Du kannst... Um genau zu sein, du kannst zwei auslassen. Du hast jetzt das mittlere nicht gemacht. Ja, ich hab den hier nicht gemacht. Du hast das links vom mittleren. Achso, das hier zählt auch als Raum, oder was? Ich dachte, das ist dann der Endraum. Nein, das hab ich mir am Anfang auch... Ich war auch so geplant am Anfang. Da hab mir gedacht, nee, ich veräpple dich ein bisschen. Achso, jetzt ist hier eine Trache. Hier, aber wo ist sie? Oh mein Gott. Ich muss verschwinden. Oh, scheiße, das ist ein Gebrief noch gefunden. So, ich find's episch. Eine alte Dame. Es war eine Weile her. Nachdem ich durch die Welt gechargt bin, rambe ich... Äh, ein Haus oder so. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Die Eltern haben es nicht überlebt. Aber das Kind ist einfach nur weggeflogen. Äh, ich habe mir nicht die Mühe gemacht, ihm hinterher zu rennen. Immerhin hatte es ja... ...ne Sonnenbrillen und ein Blatt Papier dabei. Wenn das wahr ist, macht diese Reise einen Sinn. Oh, scheiße, ich habe jetzt Faschistisch, sie kommt nicht. Nein, ich will nicht in den Kaminen, ich will der Folge... 'll... Okay, ich sag dir, dass du nichts verpasst. Ich hätte nicht mitgelebt. Ja, da hast du jetzt doch mal die Möglichkeit, du durchzulesen. Hm, du musst mir Macs, dann musst du die Zelle, alles zu beenden. Ich muss fichten. Ach du Scheiße! Ich dachte, das war die... Ist also die letzte Möglichkeit, zu...? Kann ich zurücknehmen? Oh nein... So ist das gar nicht eigentlich. Kann sein, dass das nicht mehr übertragen mit drauf ist. Ich glaube, das ist mit drauf für die ganze Zeit. Scheiße. Egal. Naja, ist nicht das Schlimmste. Ich muss nicht diesen Turm hinaufkämpfen. Dort oben ist die einzigste Möglichkeit mit Doppel-T. Du machst auch Fehler. Ja, das ist ein Rechtschriftfehler. Warum ich das weiß? Weil ich ein verdammter Standard 0815-RPG-Held bin. Und der hat diese 10-Typ-Seite bekannt vorkommen. Ja, die kommt mir weg. Oh, ich hab Angst. Ich will nicht. Sie sterbt sowieso. Wie mach ich das am besten? Ich komm, ich steh mich hier hin. Nein! Ja! Nein! Oh, das ist fail. Du hast die soeben klitschen lassen. Gut gemacht. Verdammt, nochmal. Das ist nicht leicht. Ich hoffe, ich würde lieber den Aufstieg. Ich wüsste sie überhaupt. Normalerweise wäre sie doch auch hinter mir. Komisch. Vielleicht wartet sie auf mich. Oh, das schickt mir jetzt ihre ganze Armee hinterher. Oh, scheiße. Ich weiß nicht, ob ich jetzt speichere. Ja, ich spreche. Letzte Chance zu speichern. Ja, wie oft noch. Ja, du hast oft die letzte Chance zu speichern. Okay. Dann geh nicht zur Tür. Oh, toll. Nee, kann ich jetzt irgendwie sterben oder so? Ja, woher soll ich denn wissen, welcher Weg zu erfolgen führt und welcher Weg... Du kannst ausmachen und neu starten. Ne, kein Bock. Was hat die hierher geführt? Der Brief. Der Mord an meiner Familie. Also, was hast du? Coole Sonnenbrille. Wirst du nichts zu sagen? Oh ja, nein. Egal, der Kampf soll beginnen. Ich werde dir das nicht vergeben. So sei es. Das ist der finale Kampf. Mach dich bereit, schaue öfters in das Menü. Du erhältst nun an eine Schickel abwehren. Oh nein. Was ist jetzt los? Äh, habe ich mit diesem Schwert... Ihr solltet es mal ausrüsten. So. Oh, das war stark. Nehme ich den Sonnenbriller auch noch? Passt schon. Ey, muss ich jetzt das Ding kaputt machen, oder? Nein, ich habe Angst. Ach so! Ach so! Und von dem muss ich abhauen? Okay. So, jetzt kriege ich ein Standmilch. Schade. Komm, komm, komm. Ach so. Ich hoffe, ich muss dich jetzt treffen. 180 Mal oder so. Oft. Ich muss mir sagen, es ist schwerer, als es ausschaut bisher. Das hat auch einen Grund. Oh. Man merkt das, wenn es kaputt geht oder so. Ja, das ist... Ja! Deine Mutter... ... riecht nach Koboldpisse. Was geht denn? Okay, erst mal die hier hinlocken. Ja, alles klar. Und die Oma kann dich da einfach mit einem Hit killen oder muss ich vor der Haft hauen, oder was? Ich weiß es noch nicht. Bin gespannt. Lass dich überraschen. Lass dich überraschen. Verdammt, das hab ich noch einmal getroffen. Das wird's doof. Weg. Ich find's so geil, dass meine Mapping-Fails nicht auffallen. Ja! Was soll denn das? Ah, noch ein paar mehr. Fällt doch gar nicht auf. Ja, gleich kommt noch der Opa dazu und der bringt mich dann um, oder? Alter, weißt du das? Ja, ich will doch wirklich noch schauen, was da noch hinter dir her ist, am Ende. Oh nein. Das ist nämlich mehr oder weniger auch ein Easter Egg. Ein Schmetterling? Ja, ein Easter Egg nicht. Die Geisterputze! Weg. Oh, das wird knapp jetzt. Lass mich grad einen Schattenpumas hinter mir her, oder so ein Scheiß? Nein. Ja, ist klar. Opa. Oh, Scheiße. Der Opa bringt mich um. 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 Okay, von den Drachen hab ich deutlich am meisten Angst. Die anderen ja irgendwie nur so betrunken umherwandern ein bisschen. Das war's. Ich glaube, ich habe es geschafft. Du hast kein Ass mehr im Ärmel. Der ist doch nicht so... Oh, was? Nein, mein Junge. Du bist doch, es ist nicht vorbei. Das ist uns hier und jetzt bett. Was geht denn jetzt? Ich bring mich um, kann das sein? Ja. Oh. Kann ich mich irgendwie heilen, oder so? Verdammt, mit einem Kaktus kann ich mich nicht heilen. Ich verliere das, 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 ich verliere das. Ich weiß, dass du das jetzt erst daraus wirst, was du machen musst. Wahrscheinlich den Typen da killen. Oder die Tussi, oder was? Komm her! Fick! Komisch, ne? Aber du weißt, was zu tun muss. Ja, toll. Was, ne? Toll, das macht jetzt viel besser für mich. Und das habe ich sogar auch auf leicht gemacht, dann. Ich habe es leichter gestellt, weil es vorher zu schwer war, irgendwie. Naja, ich habe alles extra gemacht, weil ich in die Tür komme. Ich habe schon aus der Tür, ich habe schon einen Schüssel gefunden, das passt auch noch. Du kannst die Grafik, die dein... Du kannst die Grafik, die dein Charakter da steht ändern, das Gesicht bleibt jedoch erhalten. Möchtest du ändern? Das ist so sinnvoll. Gibt da nicht ein Erfolg drin, oder so? Irgendwann nicht. Na du. Ja, bla 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 bla. Ja, cool, loskommen. Achso, kacke, ich brauche erst das Schwert. Aber eigentlich könnte ich mir auch, äh, muss ich mit dem Schwert angreifen? Ja, vielleicht kriege ich einen Erfolg, wenn ich mit Blattpapier... Es reicht es, ich sage es so, es reicht es, wenn du es im Inventar hast, also mehr musst du nicht erfüllen. Verdammt, jetzt würde ich sogar von... Ah, 1 AP, okay. Nein, nix, ich will den nicht lesen! Ah, puh. Ja, während Textboxen kommt nix. So, okay, ich dachte schon, dass er so scheiße gemacht hat, wie bei mir. Nein! Entschuldigung, wir haben jetzt grad nicht geredet, hab Leute, aber... Ich habe versucht, ein bisschen Button Smashing zu betreiben. Ich finde es scheiße, dass ich den jedes Mal wieder machen muss, naja. Das ist schon. Naja, eigentlich ist der zweite Teil auch nicht so schwer. Geplant gewesen, jedenfalls. Wow. Das ist schon eh besetzt und ein Schaf, irgendwie. Das ist schon eh besetzt und ein Schaf, irgendwie. Das könnte ich auch noch speuern, dass sie Drachen... Schafpounds, Scharjo, Oma. Das steht morgen in den Medien. Ich kann auch noch sagen, dass die Drachen nicht wirklich nur einen Punkt erwischen können, dass es nicht die ganze Größe zählt von denen. Das ist vielleicht auch noch wichtig zu wissen. Ich wundere mich nämlich schon manchmal hier. Ja. Die haben... Das ist der Bereich, der dich treffen kann, ist so groß wie groß. Die kleinen Viecher. Vielleicht der Bauch oder so. Sehr geil. Dann bräuchte ich keine Angst vor denen haben. Aber dann habe ich jetzt eher Angst vor den Kleinen, wenn ich ehrlich bin. Vor dem... Einen, der mich da fast getroffen hätte gerade. Ja, nee, das ist jetzt doof. Ja, du musst den Kristall nicht von unten angreifen, also den Kristall, ich sag auch schon Kristall jetzt wegen dir. Von der Seite kannst du ihn auch angreifen, das ist total egal. Nur Button-Mashing musst du betreiben. Boah, Mann. Ey, du hast... Der hat viel zu viel Energie, verdammt. Und jetzt bringt mich der Opa sowieso um, weil der da ganz weit oben ist. Nein, verdammt. Ey, ich hätte die Oma jetzt killen können, beziehungsweise angreifen können. Sterben tut sie ja nicht, wie ich eben gesehen habe. Nein, oh Mann, bin ich zu blöd oder was? Alter. Ich freue mich, irgendwann wird dich der Opa noch umgeben. Ich sehe es, ja. Deswegen rennt das Viecher auch von dir weg, sonst wäre es ja viel zu leicht. Ja toll, das gibt aber null Sinn. Ja, das muss doch nicht alles Sinn ergeben. Mit dem Bein durch Bord hat ja sehr viel Sinn ergeben. Nein, ich darf doch nicht... Ich wurde nur einmal getroffen, will die mich jetzt... Was? Was? Schon so? Ja. Die hat mich einmal getroffen, wenn ich war plötzlich tot. Was geht denn? Hast du dich in der Ecke gehabt? Äh, sie stand an einem Kristall, also hinter ihrem Rücken war ein Kristall. Ja, dann ist es klar. Toll. Also irgendwie ist das jetzt schon scheiße, wenn ich das jedes Mal aufnehme. Ich würde sagen, ich... Ja, vielleicht drückst du mal auf Pause für den ersten Part und den zweiten nimmst du wieder auf. Ja. Voll. Ja. 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 Ja.